Man sieht mich gar nicht. Warum sieht man mich denn nicht? Das ist aber blöd. Die Kerze sieht man. Guck. Ach ja. Man sieht mich echt nicht. Ich kann die Brille auch ausziehen. Auch ein bisschen sieht man mich. So, Götzi wollte ein Duschvideo von mir haben. Nochmal ein Duschvideo. Da hatte ich irgendwie keine Lust zu, weil ich immer gerne bade. Deswegen gibt es jetzt ein Badevideo. Ich wollte euch mal kurz auf dem Laufenden halten, weil mich viele gefragt haben, auch per E-Mail, wie es mir denn geht. Ich habe eine Dünndarmentzündung, eine Enteritis. Und dies ist wahrscheinlich von dem Virus, den ich mir vorletzte Woche sogar eingefangen habe. Und ich kann euch sagen, Leute, es tut sackisch weh. Also die Leute, die Morbus Crohn haben, die beneide ich überhaupt nicht. Das ist ganz schlimm. Das tut richtig weh. Und, was meine Tochter gesagt hat, jetzt weißt du, wie das ist, wenn Frauen ihre Tage kriegen. Das ist nämlich auch genau da unten, wo es dann so weh tut. Sag mal, ich muss... Ah, schön. Mal kurz ins Wasser gefurzt. Die Haare wachsen, ey. Ey, die Haare, die darfst du jeden Tag waschen. Ey, das ist vielleicht ein Scheiß, ey. Wenn ihr die nicht jeden Tag wäschst, wären die toll strohig und stinken. Ja. Es kommt übrigens noch ein Weihnachtsspecial. Das wird euch gefallen. Da bin ich mir ganz sicher. Das kommt am Samstag, das Weihnachtsspecial. Und im Januar habe ich ja Geburtstag. Da machen wir noch eine schöne Verlosung. Da werdet ihr euch auch wieder wundern. Da werden wir richtig was verlosen. Und ansonsten habe ich von diesem Dienstag, ja genau, Pläne fürs nächste Jahr. Also, meine lieben Freunde. Ich weiß, ihr liebt meine Videos. Ich liebe euch. Aber dieses, ich muss dienstags und donnerstags immer Videos hochladen, das mache ich nicht mehr. Ich werde meine Videos ab nächstes Jahr spontan hochladen, weil mir ehrlich gesagt auch nicht mehr so viel einfällt. Und ich gemerkt habe, wenn ich krampfhaft, wirklich krampfhaft, nach Themen oder nach ja, nach Themensuche, um ein Video zu machen, dann geht das meistens die Hose. Es wird nichts. Deswegen mache ich meine Videos ab nächstes Jahr spontan. Das bedeutet, dass immer hin und wieder mal ein Video rauskommt. Jetzt ist es aber arg dunkel. Gerade war das aber noch heller, du. Ja, es wird abends mein Video rauskommen, wenn ich Lust dazu habe. Und spontan. Ich habe allerdings noch einige Ideen, die ich noch gerne umsetzen möchte, die ich wahrscheinlich auch noch machen werde. Und Toni gibt mir immer ganz gute Ratschläge, was man an Videos machen könnte. Das finde ich aber schon ganz toll. Jetzt ist aber so, dass ich auch, wenn ihr mir jetzt Vorschläge macht, du könntest ja mal, du könntest ja mal, seid mir nicht böse, das werde ich wahrscheinlich nicht tun. Da bin ich wie Rute, Ralf Rute, der macht auch seine Zeichnungen immer nur auf eigene Ideen. Der nimmt, das ist aber echt dunkel, oder? Der nimmt keine Ideen von anderen Leuten, sondern immer nur seinen eigenen. Warum ist das so dunkel? Jetzt wird es noch dunkler. Jetzt sieht man mich gar nicht mehr. Warum ist das so dunkel? Die Flamme ist irgendwie verschwunden. Das ist ja blöd. Hallo, hier bin ich. Nö, das breche ich jetzt ab. Weil, mal gucken, ob ich mir da was einfallen lassen kann. Bis gleich.